was war das denn bitte ich bin runtergefallen das erste mal an diesem blöden sprung glaube ich ich bin mir nicht sicher ja dann lass ich jetzt mal den pub beenden warte habe ich jetzt aber doch keinen bock mehr auf skyrim hätte ich jetzt auch nicht mehr jetzt ist feierabend hier jetzt ist genug gezockt jetzt wird noch ein bisschen cornflakes gegessen jetzt gerade so früh morgens das bringt mir überhaupt nichts ich bin ein armer kleiner block au au hast du kein leben mehr da muss erst mal abtauchen verdammt da holt er sich gerade die spitzsacke und die sense aber jetzt ist sense denn jetzt ist der part vorbei ja ja dann bin ich schon vorbei oder willst du vorher noch einmal sterben oh oh lol was der für ein slenderman ist elder der hat ja tentakel arme das glaubst du gar nicht wie weit ich schlagen kann das ist ja schon creepy ok ja dann würde ich wirklich mal sagen ja ist genug getrollt für heute dann können wir nächstes mal wieder so ein bisschen produktiv werden tschau leute und bis zum nächsten morgen bei skyblock oh das war jetzt ziemlich krass von nein das machen wir nicht ähm der peter hat natürlich noch nicht beendet tschö 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 ich warte darauf dass jetzt noch irgendwas schwuchteliges passiert da ja 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 auf ja du zieht ganz gut ja 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 die die ja 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 ich den Was ihr mehr sehen wollt Ja, vergesst das bitte nicht Falls euch das interessiert Vielleicht könntest du nochmal die zwei Kategorien darstellen Ähm, Getrolle Nee, Getrolle und produktives Bauen Also Fürs eine steht der Peter ja mehr, ich stehe für beides Also ich finde beides okay Also mir macht beides Spaß Okay, ciao Leute So, hallo Leute Herzlich willkommen zu Skyblock Und zwar haben wir heute den Urukai Dabei und zwar einfach nur weil Er die Damals Auf dem alten Kanal Hat er Hunger Games Gewonnen Ah, und er hat sich schon direkt ein Nickname kreiert Profi Naja, okay Ähm, LOL Verdammt, nein Peter Komm nicht runter Komm nicht runter Bleib oben Du hast wahrscheinlich gerade die Zapplings zerstört Aber das ist mir jetzt auch nicht mal egal Ähm, nein War ich nicht Warst du nicht? Nee, war ich nicht Ich glaube, dann muss ich direkt mal den Urukai bauen Weißt du? Sind komplett neu Pass auf Yes So, komplett neu Ähm, ja Wir wollten ja weiter Am Am Gerät bauen Äh, vielleicht Alter, sorry Leute Ich hab voll vergessen, dass ich Äh Noch, äh Offline anzeigen soll So Ähm Äh, du kannst ja jetzt schon mal mitfarmen Äh Oh, nö Was? Warte, hier Äh, komm mal mit runter Oh, nö Ich hab jetzt mal Moving Mod gerade drin Äh, nach einem kurzen Cut Nö Nach einem kurzen Cut wieder da Weil, äh Ach so, ja In der Zeit fahren wir dann schon mal hier Ja, genau Fahrt mal hier Ich geb euch noch ein bisschen Holz hier in die Truhe Ja, wir haben genug Ähm Sehr gut Nach diesem Vanish Cut wieder da So, wieder nach Wieder nach Äh, wieder da nach diesem kurzen Cut Wieder nach nach diesem Kurzen Verdammt Wieder nach Nach diesem Nein, verdammt Wieder nach Da diesem kurzen Cut Das war jetzt richtig Wieder nach Da nach diesem kurzen Lol, ich bin total verwirrt Ich auch Mein Fuck, Alter Ah, verdammt Okay Ähm Ja, ähm Der, der U Kann ja, ähm Bezeugen, dass wir jetzt auch Ähm Schnee gefarmt haben Und dass wir das nicht offscreen Also, mit dem Creative Mode Ähm Hergezaubert haben Ähm Falls sich jemand fragt Ähm Irgendwie höre ich den gar nicht Das, ähm Kann sein, weil der auch nichts sagt Ja, also er ist irgendwie so ein bisschen ungünstig Ja, er hört uns, aber wir hören ihn nicht Ist auch egal Und, ähm Ja Ne, nicht verwirrt sein und so weiter Er zockt einfach nur so ein bisschen mithilft Ein bisschen mit und so weiter Hm Genius Habt ihr schon ein bisschen Schnee? Dann könnte ich da schon mal weiterbauen Oh ja, ich hab Ich hab schon 264er 6 Hier, pass auf Ich geb dir das Der hat mich geschlagen Der hat mich geschlagen Da, da, da Nein Jetzt hab ich die da aufgenommen Hier, bitte Danke So, und jetzt Wir fahren Ah, das sind aber Ein 64er Pack Alter als Maul Und ein 63er Alter als Maul So geht's hier aber nicht Ach, ich komm ja gar nicht hoch Solange da nicht diese Scheißleiter gebaut wird Ich hab noch 42, warte Leitern? Oh, ja, hier, komm Hier ist die Leiter drin Ich hab schon die Leiter Ah ja, warte Ich hab noch zwei Schaufeln Die mach ich noch gerade kaputt Bämms Turbo Ah, wenn du Turbo sagst Muss ich immer an diese Merkur-Show denken Aus Terraria Oh ja Nicht, dass ich jetzt runterfalle Mit dem ganzen Stuff Ich hab nämlich die Maus-Sensibilität Jetzt anders Oh, bitte nicht Alter Da, dann wären ja Oh lol Bist du runtergefallen? Also Ich Ich bin nicht runtergefallen Aber Das 63er-Pack Ist runtergefallen Was? Alter Scheiß Ich seh noch genau Ich seh noch genau In der Killcamp Wie das eine Teil runterfällt Verdammt Okay, komm Scheiße So, jetzt hab ich nochmal Oh lol Oh lol Ich hab noch ein Oh, you're still good Ich hab noch ein Herz Oh mein Gott Alter, ich schlag dich gleich Und jetzt ist die Maus zu lang Aber jetzt ist sie zu schnell Ich hab da irgendetwas anderes Wo, wo, oh, oh Lol Du Arschloch Ich hab Sachen dabei Ich hab nur eine Ich hab Ich hab 51 Cobblestones dabei Und 64 und 44 Aber jetzt hab ich die Cobblestones Da hinten hingepackt Oh Gott Ähm Ähm Ich bin oben Was machst du da eigentlich Ähm Wie soll ich dich jetzt eigentlich nennen? Ur, Kai oder Ahmed? Wie du willst Das ist sehr ausschlussreich Oh ja Oh, wieso musstest du eigentlich hier so ein Adventure machen? Dass man jedes Mal Mit diesen Richtig Läuft Okay Ah, verdammt Alter, wir brauchen jetzt auch mal ne Fackel, ne? Hier oben Stimmt Okay Nachher kommen wir hier hoch Ja Genau Ich seh es ja schon Ja, ich auch Alles kaputt Nein Wieso hast du keine Fackeln geholt, Peter? Da hör ich mich schon brüllen, du Oh ja Leute, wieso? Weil ich es ja nicht mal schuld bin, ne? Im Endeffekt hättest ja auch du die Fackeln holen können Genau Aber du bist ja alles schuld Wenn irgendwas so hochgeht Ja, von daher Also ich mach auch mal einen Job hier, ne? So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie der Uruk heißt ich hier Stimmt Der kann ja so gut, äh, Uruk Ecke springen So, jetzt musst du um die Ecke Musst du springen, ne? Der kriecht da wie die Made macht er das hier Sieht nicht schlecht aus, du Alter, macht er das hier Äh, like about's So Äh, wir nehmen nur fähige Spieler als Teamkollegen Oh lol Hier sind hier die drei Bälle gerade Äh, eins ist genau über deine Fresse lang geflogen Dass du das nicht gesehen hast, wundert mich ein bisschen Über meine? Ja, ja Genau an deinem Maul vorbei Mann, oh Dann kommt noch eins genau unter deinem Arsch Weil ich einfach nochmal drücke Halleluja Lol, Alter Hast du diesen Epic Jump gesehen? Hast du das ge- Was? Ach, da verreckt gerade ein Ja, ja, ich warte hier Lol Oh lol Er hat eine Schallplatte gedroppt Was? Wirklich? 13 Ne, den kann ich ja direkt in die Lava werfen Soll ich in die Lava werfen? Nein Bitte nicht Alter, das ist 13, Digga Alter, wer hat bitteschön in Skyblock schon mal eine Schallplatte gefunden? Keine Ahnung, aber 13 ist doch wohl das niederschmetterste, was hätte passieren können, oder? Ne, ne Das ist schon gut Guck mal, wie produktiv der Uruk ist Ja, ne? Im Gegensatz zu dir Geht gar nicht klar hier Na, warte Pff, was? Okay Ich bin nicht produktiv, Alter Ich Oh, okay Ich warte nur auf die Gelegenheit für meinen Durchbruch Dein Durchbruch Irgendwie, also immer Wenn ich durch oder durch höre Muss ich daran denken Das ist echt schlimm geworden Auch wenn es langsam nicht mehr witzig ist So Okay Dann Nein Alter Alter Boah Nein, und jetzt fällst du runter So Okay Ähm Nicht positiv Nicht positiv Spinne ist nicht positiv Zombie auch nicht Alter Nein So, gut Okay Die ist rund Und Der ist auch unten Und der ist auch unten Och, komm Dann gehe ich zurück Und dann Zapp Sind hier direkt wieder zum Wie sieht's aus? Zapp Ah ne, den kann ich ja abreißen Zapp Und Zapp Wie ich dich von hier oben sehe Halleluja Ach, du kannst mich von da oben sehen Mensch Stark Daniel Find ich Ja, ich weiß Und falls du dich fragst Hier, warum wir alles ausgeleuchtet haben Ähm Ausgeleuchtet haben Wir wollen nicht so viel Kontakt Mit grünen Viechern Mit Ähm Ich hab doch gerade gesagt Da müssen Fackeln hin Oder hast du gesagt Ach ja, richtig Nein, ich meine hier Hier so überall Insgesamt Das mein ich Also hier So in der ganzen Base Der ganzen Base Habt ihr da Fackeln hingesetzt? Wir haben da richtig Alter, wo ist Sport? Was ist denn hier die ganze Zeit? Da fuck Ihr sitzt ja auf den Bäumen Natürlich, wo sonst BL Ja, stimmt eigentlich schon So, okay Dann Also auf den Bäumen Könnte spawnen Denk ich mal Auf dem Oh, Challenge accept Ich bin jetzt hier gerade oben Auf der gerät Hab drei Level Ah, hier spawned Pass auf Und dann ist da unten Ein Loch im Void Und da würde ich jetzt reinfallen Oh, das ist ein Loch Das ist ein Loch Alter, warte Warte, warte Bleib Bleib So Na, ganz viele Experience Points Experience Points Oh ja Ich spawnen auf dem Haus Achso, alles klar Dann geh ich da mal hoch Na, jetzt wär's Smart Moving gut Weil Aber wir haben ja auch Ganz viele Leit Wo sind unsere Leitern? Wir haben gerne Setz doch einfach Zwei Kabels davor, Alter Nein, komm Wir sind hier Einmal Skyblock Immer Skyblock Sagste Nochmal Drei Leitern Perfekt Verdammt Verdammt Oh, lol Wo ist das explodiert? Rock Stahll aus Alter, alter Wo ist das explodiert? Wo? Ich glaube, er will es uns nicht sagen Ja, komm, sag mal Ist nicht schlimm Ich hab nur das Schwert schon in der Hand Ist doch alles easy Achso, da hinten Kein Problem Wetten da, wo ich letztes alles abgerissen hab Alter, wo ist das explodiert? Sag es uns Achso, nur da hinten Kein Problem Hätt's ruhig sagen müssen Also Ist ja nicht so, dass es jetzt an unserem Haus explodiert wäre Weil Wenn es an unserem Haus explodiert wäre Dann Ha Da hätten wir dich nur gebannt Kein Problem Okay, Spaß Nein, kein Problem Also wir Wir jagen selbst alles hoch Deine Witze Diese Diese Qualität Echte Mein Gott Du machst sie ja immer runter Das ist nicht nett Hm, ihr runter machst da Alter, stimmt Ich muss ja heute ne Remix machen Frau Voltines Style Aber dann Dann lade ich das doch hoch Aber ich Schreibe Voltines mit W O H Und Doppel L Und IE Damit Ich keine rechtlichen Probleme bekommen Und so Wegen Lehrer Flaming Ja, man darf ja insgesamt Keinen Nachnamen Erwähnen Und sowas Aber Wer weiß Bitteschön Wie man Voltines Richtig schreibt Also Ganz im Ernst Ich weiß es nicht Ich auch nicht Achso, gut Doch, ich glaube irgendwie mit Ach, ich erwähne es jetzt nicht Also ich denke ja mal mit V Jeans Ja, das denke ich auch So Wir müssen ja nicht sagen, dass sie aussah Wenn ich das jetzt sage Nein, das sagst du jetzt nicht Komm Wir wollen keine Probleme Aber den Remix mache ich drast Oh lol Urukai Ist schon perfekt eingelebt Sagst du Wieso? Snackt mich erst mal die Leiter runter Hahaha Nicht mit mir Kumpel Hahaha Fetter Mongo Alter, ne Alter, pass auf Oh lol Oh lol Oh lol Ich glaube der Eimer ist unten Ich glaube der Eimer Hahaha Mann Wieso kriege ich immer so Hast du den Eimer? Weg Oh Warte, warte, warte Oh lol Ich habe den Eimer Ist alles in Ordnung Wieso schlage ich die? Also hier oben Nicht drängeln bitte Ja Also wenn es jetzt hier An die Leather Egg Jumps geht Hahaha Mann Ich sehe nichts Hier oben bitte Nicht drängeln Hint the ground too hard Ja genau True story So ich habe jetzt hier oben Mal eine Infinity Water Source gemacht Ah cool Oh lol Was tue ich Was tue ich Oh nein Oh nein Guck mal zu der Gerät rüber Warte, warte, warte Alter, du hast nicht ernsthaft gerade alle fucking weggemacht, ne Hahaha Ne Was ist das unterwegs? Alter Oh lol Das ist ja schon lange unten Okay Dann müssen wir wohl Okay, ich habe wieder ganz viel Schnee Bitte gerade mal nicht töten Ich habe da oben jetzt eine Infinity Water Source, ne Also Alles klar Infinity? Und dann wollte ich irgendwie da sowas setzen Damit man da nicht so runterfällt Und dann ist mir Der schießt mit Schneebellen runter der Sack Hahaha Ist das ein oller Mongo Ich setze Ich setze noch mal Den Kackes kannst du wieder aufräumen Ihr wisst nicht, was ich da oben gerade sehe Oh lol Das war witzig Ich habe den die ganze Zeit über nichts laufen sehen Okay Und dann auf einmal war da alles zu Voll geil Das ist Minecraft Das ist Minecraft Ja, wollte ich gerade auch machen Alter, der Witz ist ja sowas von out Du musst ja die Nase zuhalten Alter, der Witz ist ja auch Oberflamm RR Frau Martina Style Das müssen wir dann auch irgendwann mal einblenden In den Hintergrund Das ist so am Ende Ja, genau so Alter, das Junge Als episches Outro Ja, ja, das wird die Outro Musik Ernsthaft Ja, du musst dir aber ziemlich Mühe geben Weil sonst nehme ich scheiß nicht Weil du weißt gar nicht, wie viel Arbeit es ist Ne, ich mache das eh nicht Weil es ist mega viel Arbeit, Outro Musik einzufügen Das ist genau so Jungs, warum mache ich keine Intros Warum nehme ich kein Intro für meinen Kanal Also ich kann ja selber Intros machen mit Mit After Effects Ist ja nicht so, dass ich scheiße wäre oder so Aber Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ganz einfach deshalb Weil es eine Heidenarbeit ist Diese ganzen blöden Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Sieben, acht Alles klar Also hier kommt das Loch rein Also genau Ja, genau An die Die du gerade wegkommst Alter So schlecht, Peter Oh ja Der war aber echt zwar so schlecht Jo Ja, ja, das wird eine Mobfalle Kennst du uns da noch aus alten Folgen Oder kennst du uns nicht aus Hast du die alten Skyblock-Folgen nicht gesehen? Er hat doch bei Hunger Games mitgemacht auf dem alten Kanal Ja, ja Da haben wir ja auch so was gebaut So Und jetzt haben wir eigentlich schon Mobfalle eigentlich fertig So ungefähr Nur dass wir So ein kleines bisschen gefällt haben Alter Will mich mal jemand hier beim Schnee abbauen und ablösen hier Der sonst despawn die noch Kommt mal jemand hier schnell hin Je gesehen Dann Und Ja Du Du Untertitelung des ZDF, 2020